Hallo und herzlich willkommen hier ist die Woche hier bei Kettle & Kops. Ich mache die Arbeit weiter und mache unsere Aussage auf unserem Feld fertig. Dazu fahre ich weiter. Ich wünsche allen einen schönen ersten Weihnachtsfeiertag. Ist ja schon Freitag, wie alles täuscht. Müsste so sein. Und wir arbeiten hier mal weiter. Hier auf der Karte auf Feldmano 3. Wollen wir mal loslegen. Mal schauen, ob wir das heute fertig kriegen. Ich glaube eher nicht. Und man muss überlegen, ob ich nächste Woche das kurz fertig mache. Da könnt ihr euch ja mal eure Meinung einschreiben, ob ich gewisse Arbeiten nur anschneiden soll oder alles komplett zeigen. Ich halte mir da aber eure Ratschläge mal. Euren Wunsch. Wenn ich mal mehrere Felder haben sollte und das Geld habe, werde ich auch sicherlich Helfer einstellen. Das heißt, dass wir da parallel arbeiten werden in verschiedenen Feldern. Das heißt, dass nicht jedes Feld selbst aussehen wird. Aber wo wir aktuell von der Zeit her sicherlich noch keinen Stress haben werden. Stress könnte erst kommen, theoretisch. Wenn wir beim Mais zum Beispiel abfahren müssten, dann müsste man den Fahrer einstellen. An sich kein Problem. Sacken und so. Beim Erden, beim Getreide, das geht auch eigentlich alleine ganz gut. Ja, der einzig blöde ist, man müsste zu Fuß zurücklaufen, ne? Könnte mir ja gerade so ein. Ich weiß nicht, ob das verspringen würde gehen. Der LS kann es ja hüpfen, vor einem Ort zum anderen. Ob das hier auch so geht? Ich weiß auch nicht. Das ist eine gute Frage. Geht das? Oh, das geht. Wie wir uns heute verkauft haben. So, starten wir mal. Dünger ist an, ja. Wir starten mal auf. Okay, dann können wir uns den zweiten Raum nicht einstellen. Das wollte ich jetzt fürs Kunden wissen. Einfach mal probieren, ne? Ja. Das Feld haben wir noch nicht mal die Hälfte geschafft. Aber wie gesagt, da müsst ihr euch, also eure Meinung kundtun, was ihr haben möchtet. Ich meine, hier jetzt jeden Tag, nur, ja, die Aussage betreiben, ne? Ist auch ein bisschen blöd, ne? Gut, man könnte ja sagen, okay, ich kaufe einen anderen Teil für das Eis. Aber im Grunde ist das das gleiche, ne? Eine Abrechstung, so. Vielleicht mal Tiere kaufen, damit man füttern kann, also. Eben, muss man sehen. Ackergras aussehen zum Beispiel wäre eine Möglichkeit. So. Gas wegnehmen. So. Ob das Gerät auch Schaden nimmt, das weiß ich nicht. Also Verschleiß haben die Geräte allgemein. Ist ja nicht anders, ne? Und der Boden ist sehr, sehr, sehr... So. Wieder starten. Ne, hier haben wir ein Menü. Oh, ne, das nicht. In Besitz. Und... Phosphatbefehl fehl, ne? Die Gruppe hat gesät zur Hälfte, äh, ein Drittel, 30 Prozent. Tiefenlockerung. Lockerung, aktuell Null. Ja, da kann man erkennen, ne? Die Gruppe hat 70 Prozent. 70 Prozent. Da ist... Da hast du gesehen, okay. Aufpassen. Da haben wir eben einen Düngerstatus, ne? Und auch nachgeben mit einem Dünger. Das 15, 15, 15 ist ja auch Stickstoff, Phosphor und Kalium. Aber deswegen wird da alles fehlt, wenn wir die werden. Und die Geräte haben jetzt keine gedüngt. Weil... Ja. 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 Da bräuchten wir auch Fahrzeuge und das... Haben wir aktuell nicht. Ich werde auch den ersten Max schon abwarten. Im Grunde... Wir sind schlafen für 14 Tage. Pauschal. Oder wird noch ein anderes Feld kaufen und dann loslegen. Das muss ich mal sehen. Vielleicht mache ich da was anderes. Mit anderen Dünger oder so. Die größten Abwälschung wäre auch nicht verkehrt, ne? Von der Fruchtsorte. Lass uns da nicht so sehr festlegen, ne? Ja, ich habe noch Geld. Von 233.000. Ja, was meint die? Noch ein Feld kaufen. Und... Da eine andere Getreideart aussehen. So gute Mais. Und Mais. Ich könnte ein Körnermais nennen. Okay. Würde auch gehen. Die Geräte muss ich halt leiden, ne? Für einen Tag für mehr schon. Halt. Da läuft ein Hase. Kaninchen. Eine Hase hat enge Beine. Na ja. Was da passiert? Ein Loch. Ja. Brocken oder so, ne? Du musst nur halt einen Sackdruck kaufen, ne? Sackdruck ausleeren. Und dann am Fall Sackdruck kaufen. Kämen uns aus, ne? Da kann man auch einen Hust kaufen, mal sehen. Das ist ja auch möglich, ne? So. Nächste. Ciao. Und. Geht schon. So. 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 Dann muss ich mal sehen. Wahrscheinlich werde ich den Rest mal ... ... ... fertig machen. Um dann ... Um das schon lange zu ziehen, ne? 는데. Ist ja leider auch ... ... sehr eintöniger Arbeit, bei kleinen Feldern dann wir fertig, ne? Aber ... na ja ... Wir müssen mal ein FlugfAllfeld suchen, ne? Da haben wir einmal gesucht. Da hinten muss unser Hof sein. Ich dachte wir wir sind ein bissen dichter dran. Aber gut, das kriegen wir hin, ein Anheer kaufen, zack, da haben wir ja, mitgräscher Ausleihen und dann die Ernte einfahren, wenn es so weit ist, Ende August, herzlichen Mal, Mitte August, vielleicht Juli, dauert auch nicht lange. Das ist ungefähr 200 Kilogramm ungefähr, da wird machen, das ist irgendwie dann zu viele, zu gut und zu wenig, können wir nachdüngen, das ist halt so, ne, Bau, Gas, Juni, Gas, 15 kmh, also im LNS können wir mit 18 kmh düngen, ich nehme an, dass sie auch nötig ist, die Geräte werden sie nicht viel nehmen, von der Eigenschaft her, ich gebe runter den Gas, wieder hoch, die Drehungszahl können wir auch gut sehen, ne, ja, so 12 kmh als der Höchste, oder hier, das ist zu viel ich glaube hier mit maximaler Geschwindigkeit ist es nicht gut das hochfremd nicht vergessen, der Boden wird so hart hier, man muss normalerweise die ganzen, ganze Gras weggehen normalerweise, wenn man das so weit kuppert, ne, ja, das geht, ich wollte ja noch ein Nachgewinde machen mit 2 Mal, dann müsste das gut sein, 10 kmh, ja, so 12 kmh, 13, gute Bekündigkeit, aber gut, das wird reichen müssen, ne, normalerweise teuer, 12 Grad, ich glaube, wenn ich so viel Geld hätte, würde ich nicht arbeiten gehen, ja, wohl, wiederum, wenn du Hoff hast und Felder, das muss gewirtschaftet werden, das gehört dazu, soll ja auch nicht zugrufen, ne, der muss auch Geld verdienen, ne, mit den ganzen Geräten, das muss ja finanziert werden, klar, mit dem Geld können wir auch hier ein paar schöne Wochen machen, ne, oder paar, naja, das ist eigentlich schnell ausgegeben, ne, was sind 200.000 Euro, wenn man die hat, na, da kommt man sich ein Auto, mit bestimmt 50.000 weg, locker, vielleicht sogar mehr, aber dann die Wünsche auch größer sind, ne, wenn man es hat, ja, das Haus reicht schon mal nicht, der blaue Punkt ist zu sehen, da ist die Geschwindigkeit, ja, das passt, ja, wie gesagt, Geld ist, alles außerhand, wie man denkt, kommt der Start, wird Steuer haben, ne, ich bin auf, jetzt vorne ist der Mono, nehmen wir hier, na jo, die ganzen Gerämaschine aufheben, werden die Spur zurück, und, zügig arbeiten, na jo, voll tanken brauchten wir nicht, ich hab, es war, vom Kaufer war drin gewesen, und hat gereicht, so, das reicht, am Hof ist halt ein Tanker, ne, und dort müssen wir mal voll tanken, das Gelegenheit, die dann einfach mit einem halben Tanker, und dann plötzlich nicht wegkommen, ne, ich hab schon gerät im Menü, man kann tatsächlich bergen lassen, was bergen lassen heißt, so eine, zackten Pitching vielleicht, ne, eine breite Reifenkriege, hat ja das in der Grip, ne, also richtig so, breite Reibung, reibung kann man sagen, ne, so, hoffentlich mal heute habt ihr das Gutes gespeist, viele meiner Traditionen Gans, mir persönlich ist das egal, hier ist nur Ente, also ich zieh ne Ente vor, also ne Gans zieh ich groß, aber egal, das ist halt auch, ne, das ist halt nicht, aber Ropo dazu, das ist eigentlich von Tradition, also Pflicht angeht, aber den in Österreich zu kaufen gibt, also fertigen Ropo, also Rohkopf, den kaufe ich hier auch, aber den fertigen, ich denk mal meinen Geschmack hat, ist, ja, zu, ich weiß nicht, nicht sauer genug kann man nicht sagen, kann man ja nachvoll, also nach Essig kriegen, ne, irgendwie hat der Geschmack, von Nelk und so, das ist nicht mein Fall, zu viel, das ist gut, also wenn ich mir selber mache, dann verwende ich nur Essig und ein bisschen Zucker, ansonsten, vermeide ich das, äh, groß, lieber hinter den Nachwurfs, ne, zu sauer ist auch nicht gut, hier ist ja mehr blau als rot, Mensch, ein halbes Feld, Wahnsinn, ja, das ist, äh, für alle Zeiten, ne, immer wieder anheben, kurz vorher, dachte der mit zwei Bahnen locker hinkommt, ne, ja, 13 Uhr, Wahnsinn, gut, wir haben viel Zeit verloren mit unserem Saatgut-Werkauf, und, dummerweise, äh, ja, nicht gesehen, vielleicht gibt es sogar die Möglichkeiten, ich weiß auch nicht genau, aber, ist ja im Grunde praktisch, ne, wenn man kuppern, man kann sich dann im Grunde eine Sämaschine anbauen, für Mais, oder für, halt jetzt jetzt hier für Getreide, das ist eigentlich, ja, wo ist da die Blüte, naja, gut, ist ja zu spät, Viertel, zwei, ja, von der Spätschicht, obwohl ich eigentlich dazu sagen muss, äh, es fällt mir leichter, nachts, äh, wach zu bleiben, als wenn ich von der Frühstück komme, und dann munter zu bleiben, weil irgendwie, ein zu halb zwei nach Hause komme, was zu essen koche, bis ich fertig bin, gegessen habe, gegessen habe, dann ist ganz schlimm, dann kommt die Möglichkeit automatisch, da ist, äh, ein Kampf. Finde ich besser, sonst verzichte auf Mittag, ne? Woll heben, heben. Aber hier auf Essen verzichten ist auch nicht mein Fall. Kann ich auch nicht. Aber ich koche ja meistens vor am Wochenende, daher ist das nicht ganz so, tragisch, so, hey. Also vorkochen hat auch schon sein, sonst, äh, wird das nix, ne? Ja, morgen, kriege ich Post, äh, Päckchen. Zwei Sachen soll mal kommen. Eins davon, Telefonkabel. Äh, mein Telefonkabel, da sind die, die Leitungen blank, am Stecker. ja, konnte ich immer nicht so stehen, wusste ich, woher liegt das los. Und da habe ich neulich mal geschaut, so, wir lehnen waren ja zu, jetzt sind es mal wieder auf, glaube ich, aber, deswegen fahre ich jetzt nicht zum, zum Mediamarker oder so, ne? Ne, Amazon, bestellt, fertig. Und gleich noch ne, hab ich noch ne WLAN Antenne gekauft, zum zweiten Rechner, dann brauche ich da kein Kabel für, und, eins mal noch, acht Sitzkissen. Das wird ein, ja, schön Urlaubstage, sag mal so, ne? Meine Arbeitskollegen dürfen arbeiten. Oh, 32 Mellon. Meine Arbeitskollegen dürfen arbeiten. Die waren nicht begeistert. Der Bodenfütterer. Jo, jo. Ja. Das kam heute, da da ein Zettel vom Meister, das in drei Tagen, zwischen Bayern Neujahr, gearbeitet wird. Um ein Produktionsvorstand aufzuholen. Ich meine, die haben auch viel aufgeregt. Ich weiß nicht warum. Ich habe den Verdacht, dass die drei Prozent mehr Feuersenkung das geflügelt hat. Dass sie jetzt unbedingt abschließen wollen. Keine Ahnung, ob das mit den Englandsvermengen und mit Brexit das unbedingt noch bestellt haben. Man, ehrlich gesagt, ist Ende des Jahres zu spät. die Montage, ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, die das dann zum Bedingung kaufen können. So, Das soll es auch schon für heute gewesen sein. Den Rest werde ich laufe der Woche fertig machen. Es sei denn, na gut, das habe ich nicht. Es sei denn, ihr macht jetzt mal eine Meldung. Ja, es ist halt zwar zu spät, aber das nächste fällt, war sie bescheid. Ja, dann sagen wir tschüss, tschau, tschau. Auch morgen geht es weiter, aber die Aufladen mache ich heute noch nicht. Das mache ich ja erst nächste Woche runter, vor Weihnachten. Tschüss, tschau, ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Grüße nochmal ganz kurz auf alle neuen Abonnenten, die da zukommen sind. Natürlich auch alle Älteren, ne, natürlich auch. Tja, tschüss, tschau, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.